Willkommen im Studiengang moderner Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ich bin hier nach Gießen gekommen, des Studiengangs wegen. Ich komme nicht hier aus der Gegend, sondern eher von ein bisschen weiter weg, fand aber den Kombinationsstudiengang sehr interessant, also die Sprachen als Hauptkomponente in Verbindung mit Wirtschaft. So gesehen hat man einen Bezug zur freien Wirtschaft und ist, was das Berufsfeld anbelangt, sehr breit aufgestellt. Im Studiengang moderne Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft verbinden Sie ein sprachliches Hauptfach mit einem sprachlichen Nebenfach und den Wirtschaftswissenschaften. Das Besondere an diesem Studiengang ist, dass die Wirtschaftswissenschaften und die Sprachen durch die sogenannte Fachsprache verbunden werden. Das heißt, Sie lernen natürlich dann Französisch und Spanisch auf einem hohen Niveau, aber ein besonderes Augenmerk wirkt auf die Wirtschaftskommunikation gelegt. Von der MFKW-Studierende erwarte ich, dass sie schon eine gewisse Weltoffenheit mitbringen, dass sie Interessen haben an wirtschaftlichen Themen. Es ist wirklich gut in unseren Seminaren, dass man auch natürlich eine Leidenschaft für verschiedene Sprachen hat. Man muss schon sich einbringen in den Kursen, man muss auch eine gewisse Motivation mitbringen, dass man wirklich so engagiert ist, glaube ich, als Studenten und Weltoffen, wie gesagt. Also ich hatte im Wintersemester 2015-16 durch das MFKW-Studium die Chance, mein Auslandssemester in Brasilien zu verbringen. War auf jeden Fall super interessant, die Kultur, die man sonst nur von Seminaren kennt, nochmal vor Ort kennenzulernen. Man ist nicht so anonym, man ist keine laufende Matrikelnummer in der Uni, die untergeht, sondern man lernt sich auch persönlich kennen und ist auch dazu eher motiviert, sich einzubringen im Unterricht in diesem eher kleinen Kursverband. Und man lernt die Lehrenden besser kennen und ja, sehr angenehm. Mein Name ist Lina Lettke und ich bin in Frankfurt bei der Lufthansa Global Business Services im Bereich Global Mobility als Referentin für Immigration Services tätig. Das heißt, ich kümmere mich um die ausländischen Mitarbeiter und unterstütze sie bei der Beantragung von Arbeits- und Aufenthaltserlaubnissen und berate Fachbereiche und Personaldienste bei der Beschäftigung von ausländischem Personal in Deutschland. Ich habe MFKW mit der Fächerkombination Englisch, Spanisch und BWL sowohl im Bachelor als auch im Master in Gießen absolviert und habe es nie bereut. Weil Gießen ist einfach eine tolle Studentenstadt. Die Universität bietet unzählige Möglichkeiten, sich weiterzubilden, sich zu engagieren und ich wusste, dass ich in die Wirtschaft wollte und dafür hat mich der Studiengang perfekt vorbereitet.